Ich bin eigentlich nicht so der Monster-Trinker, aber die Sorte hier klingt echt vielversprechend. Zumindest so rein vom Namen Orangen-Sorbet kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt einmal auf und dann schauen wir mal, wie das dann heute wirklich schmeckt. Moin Freunde und willkommen auf der Friseider und dem Kanal für Gaming-Booster-Reviews. Heute mit einem Monster-Energy-Video auf diesem Kanal, denn ich habe eine neue Sorte von Monster entdeckt, die es glaube ich auch noch nicht so lange in Deutschland gibt. Und zwar ist die Rede vom Orange-Dream-Missile. Klingt auf jeden Fall schon mal echt interessant. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen durchgefuchst durch die Beschreibung und hier steht drauf, das Ganze soll nach einem cremigen Orangen-Sorbet schmecken. Klingt auf jeden Fall schon mal echt gut und nach einer Sorte, die tatsächlich was für mich sein könnte. Ich bin wirklich gespannt auf den Geschmack. Was mir auch schon aufgefallen ist bei den Nährwerten, ist, dass wir hier nicht mehr ganz so viel Zucker drin haben, immer noch viel, aber es ist auf jeden Fall schon mal weniger als sonst. Hier haben wir tatsächlich pro 100 Milliliter nur noch 6 Gramm. Bedeutet also, pro Dose sind es 30 Gramm. Ist natürlich immer noch viel, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen weniger als üblich. Und ja, schauen wir auf jeden Fall mal, wie das Ganze schmeckt. 160 Milligramm Koffein sind natürlich wie immer in einer Dose und ich bin jetzt wirklich echt neugierig, wie das Ganze schmecken wird. Ich bin eigentlich nicht so der Monster-Trinker, aber die Sorte hier klingt echt vielversprechend. Zumindest so rein vom Namen Orangen-Sorbet kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt einmal auf und dann schauen wir mal, wie das dann heute wirklich schmeckt. Wir kippen das Ganze jetzt mal in ein Dessertglas. Ich trinke heute jetzt mal aus einem kleineren Glas. Ich möchte eigentlich den Rest aus der Dose trinken, um den perfekten Geschmack zu haben. Aber um euch das einfach mal zu zeigen, wie die Sorte aussieht, zeige ich euch das noch mal so. So sieht das Ganze hier aus. Prost! Prost! Boah, der hat einen richtig nice Geschmack. Es schmeckt ein bisschen wie Solero. Also es ist natürlich wieder relativ süß und der Geschmack ist auch relativ kräftig. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich eine leckere Sorte. Der Geschmack gefällt mir echt gut. Es schmeckt schön intensiv nach Orange. Bisschen so, bisschen Richtung Orangenbrause. Aber gleichzeitig auch wieder nicht. Es hat so eine ganz leichte Vanillenote noch mit drin, aber wirklich ganz, ganz leicht. Eher minimal. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an dieses Split-Eis irgendwie. Also es hat so ein bisschen was davon, wie dieses Eis mit der weißen Füllung da drin. Also außen Orange und innen ist so eine weiße, cremige Füllung. So schmeckt das. Das soll ja auch in die Richtung gehen. Aber es erinnert mich auch tatsächlich wirklich an dieses Eis. Also es ist tatsächlich eine sehr angenehme Sorte. Also ich muss sagen, geschmacklich gefällt es mir wirklich gut. Ich sehe gerade, dass wir hier tatsächlich auch noch Sucralose mit drin haben. Wundert mich, weil Zucker steht ganz oben. Wofür man hier jetzt zusätzlich noch Sucralose mit reinmachen muss, verstehe ich nicht. Hier ist auch noch Stevio mit drin. Stevioglycoside aus Stevia. Vitaminmischung haben wir hier auch Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin B12. Ja, also geschmacklich ist es auf jeden Fall eine relativ gute Sorte. Es hat eine schöne Orangennote und so was leicht cremiges. Irgendwie von dieser weißen Creme, sage ich mal. So eine ganz leichte Vanillenote ist noch mit drin. Ich finde, tatsächlich ist das eine gute Monstersorte. Könnte ich jetzt auch nicht jeden Tag trinken, weil es halt wieder sehr, sehr süß ist. Trotz allem schmeckt es aber noch gut. Es ist noch eine angenehme Süße. Es ist jetzt nicht so extrem. Ist halt typisch Monster-like. Aber ich finde, man kann die Sorte wirklich echt gut trinken. Geschmacklich gefällt es mir auf jeden Fall gut. Ich probiere es jetzt nochmal aus der Dose. Tatsächlich sehr interessant. Wenn man es aus einem Glas trinkt, ist die Orangennote deutlich intensiver. Wenn man es aus der Dose trinkt, dann hast du tatsächlich mehr von diesem Vanillearoma mit drin. Und ein bisschen weniger Orange. Also es ist tatsächlich ein Unterschied, den man tatsächlich gut wahrnimmt. Also falls ihr die Sorte auch mal probiert, dann testet das gerne mal aus. Trinkt mal einen Schluck aus dem Glas und einen Schluck aus der Dose. Und ihr werdet auf jeden Fall einen Unterschied schmecken. Welche Variante schmeckt mir jetzt besser? Tatsächlich die aus der Dose. Denn hier hat man tatsächlich noch mehr von der Vanillenote mit drin. Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich echt gut. Es hat das Gefühl von so einer leicht cremigen Konsistenz irgendwie. Also wirklich sehr angenehm. Also es hat richtig Eis-Flair, muss ich sagen. Wie so ein cremiges Orange-Vanille-Eis. Wirklich sehr, sehr lecker. Also tatsächlich ist das hier eine sehr gute Monstersorte. Mir gefällt sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Könnte ich mir tatsächlich öfters mal vorstellen. Monster ist ja sowieso ständig irgendwo im Angebot. Gut, ja, schlagt auf jeden Fall gerne mal zu. Wenn ihr Monster gerne trinkt, die Sorte hier ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ist für mich persönlich, glaube ich, auch meine Nummer 1 von den Monstersorten. Ich habe jetzt schon einige getrunken. Aber ich glaube, die Sorte hier würde ich dann tatsächlich auf meinen ersten Platz von Monster setzen. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Dosen-Energy-Freund mehr. Aber ab und zu habe ich irgendwie auch mal Bock auf eine Dose. Und da muss ich sagen, kommt die auf jeden Fall wirklich gut. Also der Geschmack gefällt mir wirklich gut. Kann man echt gut trinken. Sehr, sehr lecker. Ich würde hier für diese Sorte eine gute 9 geben. Geschmacklich gefällt es mir sehr gut. Einziger Kritikpunkt ist halt der Zucker. 30 Gramm ist schon sehr, sehr viel. Zusätzlich sind hier auch noch Süßungsmittel mit drin. Das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht, wenn man hier schon 6 Gramm Zucker hat, wofür man dann noch Süßungsmittel braucht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, geschmacklich gefällt es mir. Hat einen sehr cremigen Geschmack. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und aus der Dose hat man noch ein bisschen mehr Vanillearoma. Wenn man es aus einem Glas trinkt, hast du mehr diesen Orangen-Flair, sag ich mal. Und aus der Dose leiste ich das so ein bisschen aus. Zwar ein guter Orangengeschmack, aber auch ein bisschen mehr von diesem Vanille-Creme-Geschmack, sag ich mal. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben-Button. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare zum Monster Orange Dream Missile. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. und gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Und natürlich Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich bin raus. Peace.